Hallo und willkommen zu diesem Video. Heute kommt das Level 15 Champy von Summerlight. Und ja, das habe ich jetzt ein bisschen aufgeschoben, weil ich irgendwie nicht so die Zeit hatte für Champy, sondern zur richtigen Zeit online war. Aber wünsche mir erstmal den anderen viel Glück. Und mal schauen, wenn wir uns schlagen. Ich habe schon seit Tagen kein Champy mehr geritten. Und hierhin sieht man auch das Geburtstagsoutfit, was jetzt schon draußen ist. Obwohl man noch gar nicht weiß, warum. So hat es anscheinend verpennt. Und hier sieht man auch, das ist halt so Retro Burst, der Helm Name. Es ist mega teuer, hat aber volle Werte und da steht überall nur in gelber, in weißer Schrift Temp drauf. Also es ist nur temporär, also dass es nicht fündig ist. Und ja, schauen wir einfach mal, wie wir uns schlagen. Wir sind wie erwartet wieder in Kuba 1, was auch sonst. Und haben natürlich auch keine Chance auf den Gewinn, weil wieder die Grünen ziemlich gut dabei sind. Aber mal schauen. Ich hoffe, es leckt nicht. Weil bei Champy leckt es ja auch mal. Und das sieht so komisch aus, dieses komplett dinamme Outfit. Oh Gott. Und ja, also ich bin mal gespannt, ob sich Summer so ein bisschen gegen die Araber Araber Pintos und so durchsetzen kann. Ich habe gerade schon gefailt, was nicht Summers Schuld war, sondern meine. Aber mal schauen, ob ich das noch aufholen kann, was ich gerade verpennt habe. Aber wir schauen einfach mal. Ich arbeite auch an einer Lösung, um School of Dragons aufzunehmen wegen dem Event. Ich arbeite dran. Mal schauen, ob es klappt. Oh nein, es leckt, es leckt. Ach meine, wie kann man nicht mal ein Champy reiten, ohne dass es leckt? Ist das dein Ernst? Ist das so? Man könnte auch ein bisschen mal ein Champy reiten, wo man nicht gestört wird, wo keine Lecks drin sind, keine Bugs. Wäre das denn so schlimm? Ich weiß es nicht. Also ich finde es gut. Oh, hier hat ein Fallblut gefailt und ich habe auch gefailt, aber nicht so krass schlimm. Aber siebte ist doch voll okay für die Fails, muss man sagen. Siebte ist voll im Rahmen des Machbaren. Aber ich muss sagen, Summer schlägt sich eigentlich voll gut in Champies. Sie ist jetzt kein Araber Pinto, aber sie ist halt ein Finnpferd. Und da hat ein Araber gefailt. Den Platz holen wir uns auch mal. Mal gucken, ob wir den Platz gegenüber dem Araber halten können. Aber sechs ist doch voll gut. Also ich bin ja in love mit den Finnpferden. Ich meine, schaut euch mal, wie süß hier aussehen. Man kann so süße Fotos mit denen machen. Und nein, jetzt leckt es. Es leckt. Also nicht dein Ernst, oder? Bitte leckt nicht. Ich hoffe, es leckt nicht so extrem. Weil es leckt gerade schon wieder krass. Oh Mann, ey. Ja, danke. Deswegen hat mich auch der Araber überholt. Also eigentlich wäre ich siebte, äh sechste geworden. Aber dadurch, dass es am Ende wieder so krass geleckt hat, wie ich siebte, ist jetzt nicht so schlimm. Ich meine, schau dich das an. Das waren alles Araber Pintos. Und Valentina gewinnt, weil ich schon abzusehen. Und dann schauen wir mal auf die Liste. Herzlichen Glückwunsch, wie immer, an Valentina, wie auch sonst. Dann an Hina, Christina, Alda, Claudia, Amadea, an mich, an Viktoria, an Monserrat, an Scarlett, an Layla und an Susanne. Also, ich bin eigentlich mit Summer voll zufrieden mit den Champi, weil sie hat sich gut geschlagen. Ich habe ein paar Mal gefailt, was jetzt nicht ihre Schuld war. Aber sie ist eigentlich ganz gut. Sie ist ganz gut beweglich in Champis und auch ganz gut reitbar. Und I love her. Ja, aber gegen Araber Pintos hat man ja eh kaum eine Chance, wenn man ein bisschen fällt, erst recht nicht. Und ich werde auch bald endlich, dass die Infos zu dem 100-Aberspecher hochladen. Ich weiß, es hat jetzt eine Zeit gedauert, aber ich musste mir erstmal ein Spezielles überlegen, weil es ist ja auch eine echt spezielle Zahl. Und deswegen wird es jetzt bald hochladen. Und ich hoffe, es gefällt euch dann und dann lasst doch gerne mal ein Like da, wenn es euch das Champi gefallen hat. Und lasst doch gerne mal ein Abo da oder einen Kommentar. Und wenn ihr irgendwelche Wünsche habt über Videos oder sonstiges, schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ciao, ciao. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.